Den Tag meiner Erstanpassung, den vergesse ich so schnell nicht, weil es ein ganz, ganz toller Tag war. Nach der Anpassung oder während der Anpassung wurde dann irgendwann der Prozessor dann auch sozusagen online geschaltet und die ersten Eindrücke haben eigentlich diese Glasklocke, die ich hatte, dann durchstrungen. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Mein Mann war mit dabei und ich weiß noch, als er zum ersten Mal mich angeschaut hat und hat was gesprochen und ich konnte es wieder hören. Das war für mich etwas, was ich nicht vergessen werde. Ich habe dann auch den Raum verlassen. Erstmal mich gewundert, dass ich das plötzlich, dass meine Füße, die auch Geräusche machen auf dem Boden, wieder hören konnte. Das ist mir dreieinhalb Monate vorher gar nicht mehr so bewusst gewesen. Und ich hatte das Bedürfnis, meine Hände zu waschen. Und bin dann an ein Waschbecken getreten. Jeder, der weiß, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, dann hört sich das so und so an. Und ich erwartete das auch, drehte den Wasserhahn auf und dachte zuerst mal, nein, was ist das für ein Geräusch? Trete den Hahn wieder zu, konnte meine Hände nicht waschen. Ja, das fand ich erstmal spannend, andererseits irritierend. Bin dann nach draußen gegangen, habe versucht, noch viele andere Geräusche und auch Stimmen wahrzunehmen. Das war ja alles neu, das war aufregend. Und im Laufe des Tages kam ich natürlich wieder an ein Waschbecken, notgedrungen, wollte dort meine Hände waschen und habe das dann auch wieder gewagt und habe den Wasserhahn aufgedreht. Und es hörte sich genauso an, wie ich das kannte und auch erwartet hatte. Und da war ich genauso irritiert, beziehungsweise perplex, dass mir der Sprachprozessor oder das CI schon genau das Hören einfach dann gegeben hat, was ich auch vorher kannte. Das fand ich total klasse. Und muss immer wieder nochmal an dieses Geräusch denken.